herzlich willkommen zu let's play rocket league ja guten tag und ja da sind wir bei rocket league ein spiel das ich bisher noch überhaupt nicht kenne dass ich noch nie gespielt habe und von dem ich keine ahnung wie es geht aber der liebe paul hat gefragt ob ich nicht bei ein paar spiele ausprobieren könnte unter anderem war dabei rocket league fifa und noch diverse andere spiele ich habe überlegt fifa zu nehmen aber dafür müsste ich erst mal meine xbox hier umbauen und an meinem pc anschließen und da hatte ich heute keine lust drauf oder wenig lust drauf deshalb gibt es stattdessen rocket league hatte ich seit ewigkeit in der bibliothek aber jetzt dachte mir komm jetzt machst du es mal ich lege viel zu spät los ich habe keine ahnung wie es geht und ich bin der absolute rocket league noob aber jetzt probieren wir es doch einfach mal so was haben wir denn hier showroom kann ich mir meine autos angucken oh guck mal da mein auto ist okay der sieht der sieht böse aus böse ist gut ja wie schon erwähnt ich habe keine ahnung wie das funktioniert was ich hier mache und so weiter und so fort okay der boden checker sie sieht lustig aus dem verpassen wir noch ein bisschen okay damit kann ich ihn drehen interessant hot wheels oder des und des boden customs okay das wollte ich nicht so nein ich wollte jetzt nicht aus dem spiel raus haben hallo ich wollte sein okay kaufen kaufen ach die muss ich die muss ich mir kaufen für okay wir wollen mal jetzt gibt's training das wollte ich doch haben ah ja training ist gut freies spiel tut 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 tutorial da will ich hier in normaler schwierigkeiten okay willkommen tutorial im folgenden tutorial lernst du die grundlagen von rocket league bewegung bewende den linken steuerknüppel zum steuern drücke rt mit vollgas fahrrad und lt zum rückwärts fahrrad schießen die Orangstammeltor. Okay. Äh. Bums. War das gut? Schlecht? Beides. Okay. Sprung. Halter A. Trippe zum Springen auf A. Halter A gesagt, um höher zu springen. Fahr geradeaus und springe, um den Ball in das Orangstammeltor zu schießen. Okay. Bums. Juhu. Äh. Ball. So nicht. Bums. Okay. Äh. Explodieren der Ball. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ausweichen. Halte. LS gedrückt. Und drücke A zweimal, um nach vorne auszuweichen. Nutze den zusätzlichen Geschwindigkeitsboost. Okay. Okay. So wie... Okay. Geschwindigkeitsboost. Das Fahren über Boost-Felder lädt ein Boost-Zähler auf. Halte B gedrückt, um Raketenbooster zu aktivieren. Okay. Halte B gedrückt, um Raketenbooster zu aktivieren. Fahr geradeaus und schieße. Während des Boosts den Ball in das Orangstammeltor. Okay. Boost und... Boom, boom. Bums. Okay. Juhu. Und wir fahren durchs Tor. Bums. Wo ist der Ball? Der Pfeil neben dem Battlecar zeigt auf den Ball. Tippe Y, um deine Kamera auf den Ball auszurichten und vor und zurück zu bewegen. Finde den Ball und schieße in das Orangstammeltor. Okay. Y, da ist der Ball. Ich habe den Ball gesehen. B. Äh, was? B. Oder was? Oder wo? Äh. Kann ich hier mal... Äh. Okay, ich bin unfähig. Ich bin unfähig. Gut zu wissen. Und hier hinten ballern wir mal kurz durch. Powerdrift. Halte X gedrückt, um einen Powerslide auszuführen. Fahre bis zur markierten Stelle und mache einen Powerslide. Okay. Markierte Stelle und... Powerslide. Slowerpide. Wie kann ich jetzt hier springen? Okay. Slowerpide. Okay, haben wir jetzt gepowerslidet. Freies Spiel. Glückwunsch. Du beherrschst jetzt die Grundlagen von Rocket League. Wirklich? Ich bin mir nicht sicher. Willkommen im freien Spiel. Hier kannst du deine Fähigkeiten verbessern. Okay. Denke dran. Kameramodus. Fertig. Du, wenn das freie Spiel abgeschlossen hast, drücke auf, um das Pausenwürzungen an und agieren zu können. Okay. Okay, jetzt kann ich hier rumballern, wie ich will. Oder wie? Okay, jetzt bin ich über den Ball gesprungen. Geil. Äh, Powerslide. Gottes Willen, dieses Spiel. Bums. Okay, das war wohl nichts. Powerslide. Okay, ich bin unfähig in diesem Spiel. Habe ich das schon mal erwähnt? Äh, hallo? Ich treffe den Ball nicht. Oh shit. Nein, nicht da reinfahren. Boosten. Boosten, boosten, boosten. Und Ball verlieren. Okay, in welches Tor muss ich mit dem Ball? Äh, ich treffe den Ball nicht. Fuck. Äh. Okay. Ähm. Ähm. Äh. Okay, let's play vorbei. Danke. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ähm. Ich habe gesehen, was andere hier machen. Tor von André. Na ja, Glückwunsch. Äh. Das war aber scheiße. Hat ja auch nur Ewigkeiten gedauert, ne? Oh mein Gott. Wie soll ich das denn bitte? Tor von André. Anfänger. Dankeschön. Okay. Wuhu. Okay. Und jetzt aber Powerslide. Okay. Slower Pipe. Boost. Okay. Wir springen mal über den Ball. Auch gut. Juhu. Tor. Ich fliege an die Decke. Heilige Mutter Gottes. Ich kann das nicht. Ich kann dieses Spiel nicht. Das ist ja... Okay. Okay. Also soviel zu dem Thema. Okay. Los. Boost. Äh. Mist. Äh. Okay. Soviel zu dem Thema. Fahren wir in die andere Richtung und machen da ein Tor. Äh. Woop. Boost. Okay. Äh. 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 Tor von André. Äh. Also Glückwunsch. Ja. Äh. War das jetzt schlecht oder schlecht? Ich glaube das war schlecht. Ich glaube ich würde hier... Ich glaube in einem Online-Spiel würde ich ziemlich verkacken. Wenn ich das mal sagen darf. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Das ist der Ball. Ah. Tor. Tor. André da. Tor. Yay. Oh Gott. Dieses Spiel. Okay. Ähm. Pausenmenü. Äh. Training wechseln. Äh. Tutorial. Torwart. Stürmer. Sprung. Okay. Ich würde mal sagen wir trainieren mal Torwart. Äh. Backwith Park. Willkommen im Torwarttraining. In diesem Monat-Bodus kannst du deine Verteidigungskünze trainieren und blocke möglichst viele Torschüsse. Okay. Schuss wiederholen mit LB. Zurücksetzen. Okay. Okay. Zurückfahren. Okay. Ich kann erst mal hochspringen und dann, äh, ja. Also, ähm, ich glaube, das wird für mich nicht das Spiel des Jahres, weil ich bin da unfällig. Irgendwie so ein bisschen. Ah, meine Nase. Nase juckt, Nase juckt, Nase juckt. Ah. Fuck. Einmal übers Tor gesprungen und einmal versagt. Okay, LB. Warte mal, wenn du... Nein. Mää. Voll verkackt. Voll verkackt. Okay. Ich sollte vielleicht, äh, ja, okay. Ähm, ja, okay. Oh Gott, ein hoher Ball. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gut, war das jetzt gut oder war das jetzt ganz schlecht oder war das jetzt so mittelmäßig oder was auch immer? Oh Gott. Mähm, 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 mähm. Oh Gott, dieses Spiel macht mich fettig. Ich glaube, äh, ich bin der größte Noob in diesem Spiel. Also, ich möchte dieses Spiel niemals online gegen irgendwen spielen. Das ist eine ziemlich miese Idee. Ob. Als Torwart bin ich vielleicht tauglich, aber, äh, ich kann doch nicht. Ich bin doch zu schlecht und so. Soll ich das wirklich jemandem antun? Ich bin doch zu schlecht, weißt du. Noob in Magnus. Ich hoffe, dass das hier, wenn, wenn die hier. Bom. Ich hoffe sehr, dass, wenn hier jemand, äh, mit mir spielt, dass. Oh Gott. Oh Gott. High Level Pro Mode. Bombs. Rindindindindindindindindindindindindindindirin. Okay. Also irgendwie macht es ja schon Spaß. Aber das ist irgendwie nicht so. Oh, yay. Anfängertraining. Yay. Ich bin dann Anfänger. Yay. Training wechseln. Okay. Tutorial. Dann spielen wir jetzt mal Stürmer. Auch mal als Anfänger. Ich mache jetzt erst die Tutorials. Durch alles andere macht für mich überhaupt keinen Sinn. Also so wie 0,0 gar nicht. Willkommen im Stürmertraining. In diesem Modus kannst du Anfängskünste am Boden trainieren. Erziele möglichst viele Tore. Schuss wiederholen. Nein, wollen wir nicht. Rennen. Nein. Ich habe versagt. Nein. Ich habe versagt. Rennen. Rennen. So. Tor von André. Die Maggie jubelt. Die Frauen rasten aus. Was? Warte, das. Was habe ich da gemacht? Kann man das hiermit erklären? Tor von André. Die Maggie jubelt. Alles eskaliert. Okay, 3, 2, 1 Gut, zu wissen, dass es Signal Iduna gibt Was? Okay, im Grunde Um alles Physik Impuls und Aktion, Reaktion Impuls und Schieß mich tot Gas geben Das war jetzt mal ein bisschen zu einfach, oder? War halt so meine Meinung, aber Ich würde den gerne mal so Mit so einem Powerslide mal reinballern Nein, ich hab's verkackt Ich bin eine Schande für meine Familie Mein Vater wird mich entärben Nein Nein, verkackt Verkackt Hardcore verkackt Ich kann nichts Ich entehre meine Familie Rindin Fuck Okay, den rette ich Noch Komm Come on Was kannst du eigentlich, Junge? Was kannst du eigentlich? Nein. Come on, da rein. Da rein. So, danke. Nein. Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Aber, oh Gott. Ähm, Training wechseln. Okay, Sprung. Anfänger Sprung Training. Willkommen im Sprung Training. In diesem Moment kannst du Angriffskünste in der Luft trainieren. Fliege mit dem Raketenboost durch Luft und der möglichst Ziele... Schuss wiederholen, okay. Nee, 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 nee. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt, ich hab's verkackt. Okay, ähm... Schön, dass wir darüber gesprochen haben, aber okay. Okay, wiederholen. Bums. Okay, wiederholen. Das geht ja gar nicht hier. Das ist ja voll für den Eimer, ey. Wiederholen. Fuck. Alter, hallo? Kannst du mal? Okay. Fast. Also, fast. Wie habe ich es vorhin mal geschafft, diesen Drehung zu machen? Okay. Okay, noch einmal. Also, noch einmal. Bums. Ja, Tor! 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 Die Weltmeisterschaft ist mein. Okay. Ja, das war scheiße. Okay. Wie habe ich das vorhin gekriegt, dass ich mich in der Luft gedreht habe? Nochmal. Das gibt es doch nicht. Ein Noob ist geboren. Ich sollte keine Sportspiele spielen, weil ich keinen Sport kann. Oh Gott. Ich treffe den Ball nicht mal. Ich glaube, es hackt. Das gibt es doch nicht. Was kann ich eigentlich? Okay. War das noch, wenn ich hier drüber fahre, boosten? Was? 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 Äh, what? Äh, what? Äh, was tue ich hier? izations high train, guy. W Birden, d n n d 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 d. Kann mir jemand verraten, wie ich das mache, dass ich mich da so artistisch drehe? Das wäre mal eine Hilfe. Aber dieses Spiel ist ja wohl überhaupt nichts für mich. Habe ich nur das bühne Gefühl? Okay, once again. Okay, nein. Ich hätte gerne mehr Tutorial, so wie ich drehe mich und drehe mich richtig und so. Das ist doch... Äh, was? 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 Was habe ich da jetzt gemacht? Ah! So funktioniert das! So funktioniert das! Das kann ich dann auch... Okay! Okay, das war wohl keiner. Aha! Okay, okay, okay. Gut, dann noch einmal. Okay, also ich übe noch, wie ihr vielleicht seht. Jawohl, ja! Okay. Once again. Mit Gefühl. Okay, noch mal. Ah, ich glaube, so langsam, aber sicher kriege ich hier eine Idee von davon, wie das funktionieren könnte. Once again. Komm, noch mal. Noch einmal. Noch mal, mein Freund. Und hüpf und hüpf. Okay, noch mal. Ah, so langsam, aber sicher. Und, äh, so nicht. Okay, noch mal. Fuck! Äh, jup, jup. Okay, once again. Äh, nein. Falsch. Definitiv nicht. Nicht. Äh, jup, jup. Nein. Okay, noch mal. Äh, jup, jup. Äh, nein. Okay. Okay, noch mal. Das kann einfach nicht wahr sein. Come on, Boost. Nochmal. Langsam muss ich immer fertig werden, weil die Folge zu Ende geht, aber... Okay, lassen wir das. Äh, ich werde es mal nicht mehr überspringen, sondern das Training mal fix zu Ende bringen. Weil, äh... Ah, 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 ah. Verkackt. Nein, ich will jetzt nicht noch... Hm. Okay. So wie... Hüpf, hüpf. Okay. Okay, lassen wir das. Das ist doch... Nee. Okay. Okay, ich kann doch irgendwie hier Training wechseln. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich überlege mir, wie ich das hier... Ob ich das hier wirklich weitermache. Und dann schauen wir mal. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.